Beide von mir zehn Zap-Gifts. Hallo. Oh, was ist das? Ich glaube, ich habe gerade eins unserer wertvollsten Gegenstände von uns. Oh nein. Hey, stellst du rum! Wieso hast du eine Frau gewählt? Warum? Digga, hör doch auf! Was ist denn das hier überhaupt, was ich hier habe? Ja, Titten! Hör doch auf, die ganze Zeit hier rumzuwackeln und uns ins Licht zu halten oder so eine Scheiße. Das ist voll beschissen. Was habe ich gerade verschwendet? Ich weiß nicht mal, was das Heilige Salz ist. Das Heilige Salz, Alter. Das gibt es nur, als ich den Strubel seit Valorant-Streams. Da gibt es Unmengen davon. Tonnenweise das Heilige Salz. Wow, wow! Er flüstert. Hättest du das dann auch? Nein, es gibt Fein oder Knurre. Oh, fuck! So ein Dreck! So ein Dreck! So ein Dreck! So ein Dreck! estratt! So ein Dreck! So ein Dreck! Vielen Dank.